Hi, wir sind das Team Alumni Faces und studieren an der TU Ilmenau. Genauso wie Sie einmal. Und deshalb suchen wir Sie, um unsere Universität zu unterstützen. Wir haben ein Konzept ausgearbeitet, das jungen Studieninteressierten zeigen soll, was Ihnen ein Studium an der TU Ilmenau bietet und was einmal aus Ihnen werden kann. Wie dieses Konzept aussieht, zeigen wir Ihnen jetzt. Hier hat alles begonnen und deshalb steht unser wunderschöner Campus heute provisorisch für Ihre Stadt. Ob Dorf oder Großstadt, eben da, wo Sie gelandet sind. Wir möchten mehr wissen über Ihre Person und Ihre berufliche Laufbahn. Auf diesem Stuhl werden wir Sie an Ihrem Wunschort interviewen. Wir suchen nach begeisterten Alumni, die bereit sind, Ihre Geschichte zu erzählen und uns einen Eindruck von Ihrem Berufsleben ermöglichen. Wenn Sie dieses tolle Projekt unterstützen möchten, klicken Sie auf den Link, melden Sie sich an und werden Sie Teil der Alumni Faces. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.